ja ich habe jetzt ein wundervolles interview geben dürfen dem andreas und ich bin so dankbar für diesen kongress es ist ein richtiger kongress einer neuen ära würde ich sagen also wo es darum geht das einzigartige dass du bist zu entfalten und zu blüte zu bringen und im gespräch mit dem andreas ging es viel darum wie du ja das wo du jetzt stehst nutzen kannst mit allen schatten und all den schwierigkeiten und herausforderungen mit denen du vielleicht konfrontiert ist um wirklich in deine kraft zu kommen und es wirklich als geschenk zu sehen dass du auf dieser erde lebt dass du hier bist und auch für dich spürbar zu machen dass du etwas ganz ganz kostbares mitbringst dass du deine einzigartigkeit hierher mitbringst deine gaben die darauf warten von dir entdeckt zu werden und auch ins leben gebracht zu werden die welt gebracht zu werden um anderen menschen weiter zu helfen und das ist das wundervolle der neuen zeit die chance der neuen zeit wo wir in community uns vereinbaren können und jeder das geben kann und das sein kann was er wirklich ist ohne jede maske ohne jedes verbiegen müssen es um geliebt zu werden anerkannt zu sein sondern wirklich der und die zu sein die ich bin und das zu geben was ich zu geben habe und das ist die erfüllung die auf uns wartet und die wir immer jetzt schon sind im hier und jetzt und ja ich glaube in diesem interview ist es ein bisschen spürbar geworden wie es in der neuen zeit sein kann und wie du deine aufgabe und eine einzigartigkeit leben kannst hier und jetzt und gleich nach dem interview los starten kann ein bisschen